jetzt sieht es an den zusammenbau ihr erinnert euch vielleicht hier dieses jetzt ist es lackiert worden zweiförig und jetzt beugt es wieder zusammen jetzt mache ich die sattelklemme ran sie Sattelklemme und der Sattel. Und das hat auch nur den Grund, damit ich das aufhängen kann. Normalerweise würde ich gleich alle Schrauben ersetzen, aber das ist jetzt hier nicht gewünscht, beziehungsweise nicht angesagt. Alles was rostig ist, alles was olles macht man dann neu, wenn man so viel Aufwand betreibt. Nach dem, was ich noch nicht erst so viel. Na, schon mal. Ja. Ja, schon mal. Ja. Ja, schon mal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. na der ist von mir aber gut abgeklebt hier perfekt schön sauber geblieben einmal frei ja 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 Das war's. Das sieht schön aus. Das ist schön geworden. Das ist schön geworden. Das ist schön geworden. Das ist schön geworden. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Jetzt muss ich das Blech ein bisschen reparieren. Nein. Nein. Das muss ja auch ordentlich aussehen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, mannig. 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 Ah, mannig.